Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute habe ich für euch die Big Ten der FIFA 365 der aktuellen Saison oder aktuellen Serie. Ja, hier sind 60 Karten enthalten und zwei Limis. Steht hier auch irgendwo drauf, was sie kostet. Oh, hier sehen wir noch Messi, Rambo Ramos, Ronaldo und Lewandowski. Hier steht gar kein Preis drauf. Hier oben vielleicht? Nein. Okay. Ich schätze mal so 10 Euro. Ich gucke dann nochmal nach und blende es hier ein. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro. Bis gleich. Ja, heute die Big Ten der FIFA 365. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie die Magic Checks im Moment. Da geht ihr hier richtig ab. Ja, und ich habe versprochen, dass ihr jetzt als Kommentar hier vorkommt. Und heute habe ich hier als erstes Mal hier Azara Arnautovic, bester YouTuber, bravo, nice Peck Opening Video. Und dann steht hier unten noch, geiles Video, mach weiter so. Ja, vielen Dank, Azara Arnautovic. Heute Mittag kommt dann der nächste Kommentar. Ich habe mir schon einen rausgesucht, von zwei Personen. Ja, dann schauen wir mal. Die Tin ist hier in Papier eingepackt oder Pappe. Braucht man hier oben nur. Dieses Griffel, die hier eigentlich aufzumachen. Zack. Aber geht gut auf. Sehr schön. Zack. Zur Seite. So. Also ihr wisst ja sowieso, dass ich Tins liebe. Hier wird sie Collectors Tin genannt. Ja, hier oben ist ja Adrenalin steht hier drauf. FIFA 365 und ganz groß. Ja. Was soll man dazu sagen? Hier ist es so rötlich, hier ist es so etwas grün. Und hier ist es so rot-gelb. Ja, das verläuft sich so ein bisschen. Hier unten ist ja, nichts Besonderes. Ja, dann öffnen wir die Tin mal. Mal gucken, ob man direkt die Limi sieht oder nicht. Oh, die sieht man nicht. Das ist sehr schön. Die lege ich mal auf Seite. Die machen wir am Schluss. So, dann schauen wir mal. Uh, das sind viele Packs dran. So, wie gesagt, hier kann man irgendwie seine doppelten reinmachen. Oder man kann reinmachen, was man möchte eigentlich. Man kann auch als Spardose benutzen. So, wie viele Packs haben wir denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Packs. Jawohl. Und ich sehe, wir haben verschiedene Booster-Designs. Hier ist Design Nummer eins. Hier ist Design Nummer zwei. Hier ist Design Nummer drei. Okay, haben wir noch eins? Ich glaube nicht. Ne, also die drei Designs hier. Einmal mit Dybala, einmal mit Knabry hier vorne. Und, ach, wer ist das hier nochmal? Hier hinten, das müsste Lukaku sein. Ja. So, dann bleibt stehen. Jetzt sieht man die schon wieder nicht. Wegen dem Licht. Ach, egal. Ihr wisst ja, wie sie aussieht. So, dann schauen wir mal. So. Wir hätten hier Garrett Bale von Real Madrid. Hier hat es dann nicht mehr. Er ist ja wieder zu seinem alten Club. So, ich sehe gerade, ich habe hier Katzenhaar. Ich habe hier eine Katze, falls ihr es wisst. Hier haben wir Casimiro, auch von Real Madrid, als Titan-Karte. Sieht auch nice aus. Die machen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier, äh, International Star Fagner. Okay. Dann haben wir hier eine umgedrehte. Da haben wir Power Trio. Die Maria, Mbappé und Neymar. Die sieht ja mal geil aus. Die sieht nicht schlecht aus. Dann hätten wir die nächste. Hier haben wir Ederson. Und hier haben wir noch Herrera. Ja. Also nochmal vielen Dank an jeden, der mich jetzt im Moment in letzter Zeit abonniert hat. Ich weiß nicht, warum man es nicht sieht. Ob ihr euer Account auf Dings gestellt habt oder nicht. Auf Privat. So, hier haben wir De Jong von Barca. Dann, ups, nee, hierher. Dann haben wir hier Cordova von... Oh, ich kann mal Koppel, aber irgendwas mit, was weiß ich. Ich kann mir den Namen nicht merken von dem Team hier. Dann haben wir hier von Paris, Mbappé. Dann haben wir hier schon mit der Fakna. Dann haben wir Bufon von Jugo, die Legende. Die sieht auch geil aus. Dieses lila, ne, schimmernde. Das ist schon richtig geil. Oh, und hier haben wir Topmaster Paul Pogba. Die sieht ja auch mal geil aus. Find ich auch nicht schlecht. Also von der FIFA 365 habe ich leider noch nicht so viel ausgepackt. Aber da wird jetzt einiges kommen. Da habe ich auch noch einiges da. Also das Start-Up-Pack müsste ich schon haben. Müsste ich schon hochgeladen sein. Ups, das ist noch Müll. Hier haben wir Rashford von Manchester United. Dann haben wir Chris Mann von Barca. Dann haben wir Ramboramos von Real Madrid als Elite. Hier hätten wir De Jong als International Star. Die sehen auch nicht schlecht aus. Von Barca. Dann haben wir hier von Schalke Burgstaller als Dominator. Und dann haben wir hier noch Verratti von Paris. Ja. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Booster. Dass hier 10 Booster drin sind, das ist echt geil. So, mal gucken. Uh. So, machen wir es so. Wir haben hier als erstes Lazari. Dann haben wir hier Brand von BVB. Brandgefährlich. Oh, Erling Haaland. Von BVB. Den feiere ich so. Der ist so jung noch und geht schon ab wie ein Zäppchen. Schade, dass der nicht bei Bayern gelandet ist. Aber ich finde das gut. Beim BVB. Hier haben wir Kutucu. Von Schalke. Dann haben wir hier das Club. Ah, Club Badge heißen die. Von Liverpool. Sehen auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier FIFA Club World Cup. Die habe ich auch noch nicht. Ah, ich habe ja noch nicht viel geöffnet. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, dann zum nächsten Booster. Na, so. So, heute Mittag kommt wieder Magitex. Was ich öffne, weiß ich noch nicht. Ihr könnt dir mal gerne sagen, was ihr sehen wollt. Ich habe noch den Adventskalender. Habe ich noch. Dann habe ich noch drei Multipacks. Und drei Blister. Das Display lasse ich erst mal noch. So, wir haben hier Lopez. Henderson von Liverpool. Quincy Bromis von Ajax. Kamara von Marseille. Dann haben wir Gavis Bale von Real Madrid als International Star. Spielt ja jetzt nicht mehr bei Real. Dann haben wir von Inter Mailand. Skriniar. Als Fans Farid. Ja. Und von den FIFA 365, da habe ich noch zwei Displays. Das ist dann ein Display, der, wie heißen die anderen, nicht die normalen Card, also die normalen Booster, sondern die, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Na, hallo. Was die immer so umgedreht sein müssen, ey. Die lernen es nie. Ui. Wir haben hier Tauwin von Marseille. Als nächstes hätten wir hier Messi. Messi im Back. Von Barca. Dann haben wir von Inter Mailand. Barella. Dann haben wir hier Axel Witzel. Als International Star von BVB. Ja. Dann hätten wir als Dominator Karte Karim Benzema von Real Madrid. Und die letzte Karte hier ist von Bayern München. Kingsley Command als Fans Farid. So. Ich bin mal gespannt, ob ich bei den Matchetags da irgendwann mal die Autogrammkarte finden werde. Da würde ich so, ich würde so ausrasten. Also sowas müssten sie öfters mal machen. Also Tops, bitte. Ui. Was auch noch nicht. Okay. So. Wir haben hier Martinez von Inter Mailand. Dann Fernandes. Hat mir den nicht vorhin schon. Augusto. Dann hier von Marseille. Mandanda. Dann hier Club Badge. FC Barcelona. Und FIFA World Cup History Karte. Ah. So. Du plattst hier ein Bild. So. Eigentlich wollte ich gar nichts heute bringen. Weil es mir gestern gar nicht so gut ging. Aber jetzt haben wir 5.29 Uhr. Und da ging es mir halt wieder besser ein bisschen. Ein bisschen. Also so richtig. Kommt bestimmt noch von der Krippe. Hier haben wir Laporte von Manchester City. die Karte von Paris. Dann haben wir hier die Maria. Auch von Paris. Ähm. Gravenberge. Von Ajax. Dann haben wir hier. Time Machine. Marc-André Ter Stegen. Von Barcelona. Auch nicht schlecht. Also diese Karte sieht auch nicht schlecht aus. Und das sind hier alte Karten. Tatsächlich. Also hier sieht man auf der Seite. Ältere Karten von Marc-André Ter Stegen. Das ist cool gemacht. Dann haben wir hier. Club & Country. Henderson. Und Alexander Arnold. Von Liverpool. So. Noch 2 Booster. Komm. Wir hätten hier. Burgsteller von Schalke. Dann hätten wir hier. Thomas von Atletico. Hier haben wir. Wieners. Federico Wieners. Als Feds Highwood. Wir haben hier. Laporte. Als Titan. Von Manchester City. Axel Witzel. Als normale Base Karte. Und. Colin. Dagbar. Von Paris. So. Letzter Booster. Aus der Tin. Hier. So. Ihr könnt ja in der Zeit hier. Schon mal abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Dass ihr nichts mehr verpasst. Und wie immer. Liken. Nicht vergessen. Na. Boah. Alter. Hihi. Jo. So. Wir hätten hier. Karim Benzema. Von Real Madrid. Luis Alberto. Mo Salah. Von Liverpool. Aguilera. Keine Ahnung. Kyle Walker. Von Manchester City. Als Elite Karte. Und hier. Manuel Neuer. Vom FC Bayern. Als International Star. Das war die letzte Karte. Und dann kommen wir hier noch zu den Limis. Wir haben hier als erstes. Die Limi von. Sadio Mane. Von Liverpool. Und dann haben wir hier die Limi. Von Sergio Aguilero. Von Manchester City. Ja. Dann würde ich sagen. Dann war es das mit diesem Video. Heute Mittag kommt Matchy Jax. Schreibt es in die Kommentare. Weil ich es zeigen soll. Obwohl. Ja doch geht. Müsste gehen. Dann würde ich sagen. Bis. Heute Nachmittag. Auf Wiedersehen. Und. Ciao.